Gegen wen spiele ich? Carlitus. FM Carlitus. 2-3-52. Moinsen, Caro, Master, No Name. Chefkoch, Micha. Ich bin ein bisschen spät dran mit dem Stream. Ein bisschen verpennt die Zeit. Letzte halben Stunde, was gemacht und dann was mit dem hier. Der verpennt auch die erste Partie hier. Carlitus 2004. Hätte ich auch nichts gegen, wenn ich ehrlich bin. Grüß dich, Captain. Aus Aachen. So, der war spät dran, der Kollege. Machen wir mal was ganz anderes. Dame E2. Was ganz anderes. Interessant. Interessant. Stellt das nicht was ein? Ne, stellt natürlich nichts ein. Das Eröffnungsexperiment jetzt nicht unbedingt so gut gewesen. Irgendwie steht mein Läufer da auf E. G5 auch nicht so dolle. Ich muss was ziehen. Ich frage was. Mir fällt hier herzlich wenig ein, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt den. Vielleicht Springer G5 im nächsten. Das ist eine Idee. Sein Springer auf E7 ist eine Schwäche von ihm. Genau. Aber Springer G5 dachte ich hier. Dann kriege ich wenigstens den Läufer. Ja. Kriege ich wenigstens etwas. So, die ganze Zeit, den ganzen Zeitvorteil, den ich hatte, der ist weg. Läufer hat auch kein Feld. Deswegen spiele ich H4. Idee König H2. Hier nehme Läufer H3. Ich habe weniger Zeit. Ja, der Springer auf E7 ist ein Sorgenkind. Der hat kein Feld. Dafür hat er Raumvorteil. Denkt jetzt länger nach. Ein bisschen problematisch hier. Ja, der Läufer steht hier gut. Deck die Felder. Ja, okay. B6 bringt jetzt nicht so viel. Die D ist hier neben und Läufer H3. Immer noch. Der Läufer kann immer noch nicht weg. Deswegen mache ich Läufer H3. Und irgendwann nehme ich natürlich raus. So, jetzt war die Zeit, um rauszunehmen. Und hier ist was interessant. Springer C4. B5 natürlich. Vielleicht B4 hier. B4 ist interessant mit der Idee B5. Und dann Springer C4. H6 sehe ich jetzt nicht den Sinn drin. Wenn der Springer A5 macht, nehme ich raus. Und Springer C4. Dann mache ich sowieso. Und Läufer B4 hier natürlich. Springer C5. Springer C5. Er geht weg. Er geht weg. Vielleicht sollte ich nehmen. Und Turm E1 oder so. Ah, F4, ne? Nein, F4. Läufer schlägt D7. Mein Turm auf A1 spielt nicht mit. Geht immer noch nicht. Machen wir jetzt mal den. Einfach den D6 angreifen. Jetzt nicht auf Zeit verlieren hier. Scheiße. Oh, mein Springer eingestellt. Mein Springer eingestellt. Mal beide keine Zeit machen. Scheiße, scheiße, scheiße. ich hab gewonnen was für ein glück meine güte war das glück meine güte war das glück war das wieder ein gepatze aber souverän nein nicht glück souverän souverän war super souverän am ende super souverän